Die nächste Errungenschaft in Inazoma befindet sich an der folgenden Stelle und zwar genau hier. Wir porten hier rüber und was ist hier zu beachten? Ihr solltet, ich sag mal euren besten damit ihr den Gegner innerhalb von 30 Sekunden füllen könnt. Und zwar gehts von diesem guten Samurai. Das werden wir jetzt einmal tun. Die kann man so oft wie man will zum Duell herausfordern. Ok, dann legen wir mal los. Also wir haben jetzt 30 Sekunden um ihm Platz zu machen. Er hat zwei Phasen. Das war die erste Phase und da ist die Errungenschaft. Also man muss den einfach nur innerhalb von 30 Sekunden besiegen und man kommt die Errungenschaft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.